Jetzt zeigen wir das denen mal, wie das geht. Gott, ey. Zweite Runde in unser Team eingehen. Ein ganz besonderes Garbage-Team. Ja. Nö. 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 Ich finde es gut. Siehst du mir einen Mauszeiger eigentlich, Stefan? Wir müssen eine Bombe aufspüren. Was sagst du? Siehst du mir einen Mauszeiger eigentlich? Ähm, ja. Ja, oder... Ja. Ja, das ist gut. Also, wird der nicht zu mir gehört, so. Ja, das wollte ich wissen. Ja, und jetzt wackelst du mit dem rum. In dem Moment habe ich die Frage gestellt. Dann weißt du ungefähr, wie verzögert das. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind hier. Die sind hier, die sind hier. Wo wir auch gerade waren. Oh mein Gott. 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 Das ist schon lustig. Ich mache meine Punkte nur durch Leute markiert. Und immer wieder. Naja. Man muss auch mal Spaß haben im Leben, ne? Kann ich nicht hoch oder so? Der Feind draußen entdeckt. Schon wieder. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich wechsle Magazine. Haha, Idiot. Er dachte, er sieht mich. Komm doch mal. Hm? Ja, warte. Da ist jemand drin, Benno. Ah, hinter mir. Wir haben die Wand aufgeschossen. Ja, ich komme nicht mehr. Ja, ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr. Diese Smokestrads, ey. Maga Stefan, es ist erfolgreich. Lass mich. Ja, ja. Achso, hast du sogar schon noch einen geklickt? Ja. Ich bin auch sehr überrascht darüber. Noch ein drittes Mal? Ne, ne, ein drittes Mal geht nicht. Ich meine so langsam. Lass mal zu B gehen. Da kann man entschärfen, Torsten. Kannst du mir aufhelfen? Ja, ja, ja. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Wir gehen zu B und entschärfen da, okay? Okay. Sind nur noch zwei Leute, oder? Wir sind zu dritt. Gut, wo dieser andere Vogel da rumhängt, weiß man das nicht so. Komm, er geht da auch rein. Können wir vorsichtig hier reinpiken, wie sagt man? Ah, da ist er. Ich höre was von rechts. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Gehe wieder raus. Sie ist so gut wie tot. Ich sehe sie trotzdem nicht. Da war sie. Ja, ich habe sie gesehen. Gut. Einer Drucker hat Gegner eliminiert. Wisst ihr, wie angespannt ich war? Ja. Das muss ich jetzt besapfen.